So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal neue News zu DayZ Standalone. Und ja, wie ihr es im Titel bereits gelesen habt oder vielleicht auch schon in den News gehört habt, ist ja auch schon eine Weile draußen, gibt es mittlerweile den Battle Royale Mod auch für die DayZ Standalone. Das Ganze ist ein bisschen ironisch, da jetzt DayZ ja doch relativ spät damit dran ist und der Battle Royale Modus, ja ehemalig von den alten Herr von Arma eben kommt. Also kommt es jetzt quasi zurück, der Kreis schließt sich. Genauere News und dazu findet ihr in dem Beitrag, survivedes.news, Beitrag werde ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung verlinken. Jetzt geht es aber direkt weiter zu den, wie kann ich das denn spielen? Also wie kann ich die Battle Royale Mod für DayZ Standalone spielen? Dann geht ihr hier unten auf den DayZ Launcher, ladet den herunter. Link dazu werde ich euch auch in die Videobeschreibung reinpacken, dass ihr direkt draufklicken könnt und euch das hier quasi downloaden könnt. Ihr seht jetzt hier auch schon, der sieht aus wie die ganzen anderen Launcher vom DayZ Mod damals noch oder von Arma 3. Viele sagen auch, dass es tatsächlich zum normalen Spielen von DayZ eben viel praktischer ist und dann eben natürlich auch für den abkommenden Mods, die mit Sicherheit kommen werden bei der DayZ Standalone. Also ladet euch den auf jeden Fall runter. Ich habe den jetzt schon mal eben runtergeladen und nach den Filtern gebt ihr einfach Battle Royale ein oder MGT, das ist glaube ich so der bekannteste Server. Change Log weg. Hier seht ihr jetzt alle Server, hier ist derzeit überall keiner drauf. Und wenn ihr dann dazu beitreten wollt, geht ihr quasi auf dieses Dreieck rechts hinten. Ah ja, Fail. Ich habe ihn auch gerade erst runtergeladen. Ich habe DayZ Standalone eine Weile jetzt schon nicht mehr benutzt. Dann geht ihr hier DayZ Standalone Path, geht Browse und dann sucht ihr quasi den Pfad, wo ihr DayZ Standalone installiert habt. So, ich habe kurz einen Moment gebraucht. Ich musste meine Festplatten durchsuchen, weil ich so gefühlt auf jeder Festplatte ein Steam-Verzeichnis drin habe. Euer DayZ Standalone wird im Normalfall bei Steam, Steam-Apps kommen und dann eben unter DayZ quasi zu finden sein. Das tragt ihr hier eben ein. Und hier könnt ihr noch einen Ordner anlegen, wo die Mods quasi gespeichert werden. Da werde ich auch gleich noch einen anderen Ordner reinmachen. Eben wahrscheinlich auch in der Nähe von dem DayZ eben. Und ja, hier könnt ihr euren Ingame-Name eingeben. Da werdet ihr aber auch gefragt, wenn ihr das Programm startet. So, und dann versuchen wir jetzt hier mal darauf zu joinen. Dann sagt er euch, okay, du musst updaten. Und der lädt quasi jetzt noch alles runter, was er für den Mod braucht. Und dann könnt ihr darauf schon rein joinen. So, ich habe gerade gesehen, man muss hier auf der 0.6.3 Version sein bei DayZ, also in dem Experimental. Da geht ihr quasi einfach auf DayZ, Rechtsklick, Eigenschaften, Betas und geht auf Experimental, Stable Testing Version. Also das ist eben, ja, wie es der Name sagt. Geht er drauf, schließen. Dann lädt er das einmal runter, 6,7 Gigabyte. Warte mal kurz einen Moment. Und danach sollten wir quasi auf die Server drauf kommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Experimental noch gar nicht gespielt. Und auch DayZ generell schon eine Weile nicht mehr gespielt. Aber sollte kein Problem sein, sobald wir das jetzt direkt runtergeladen haben, werden wir kurz reinscheuen und uns das kurz angucken. So, dann sind wir mit dem Download fertig. Dann gehen wir wieder auf den Launcher und versuchen erneut hier rauf zu kommen. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Gebt natürlich auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch geholfen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt. Agree. Beitritt zum Spiel, dann bleibt natürlich dran. Abonniert den Kanal, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Schaut euch auch natürlich die anderen Videos an. Spawning in 4 Sekunden, 3 Sekunden. So, die Auflösung stimmt jetzt natürlich nicht. So, hier sind wir jetzt zurück in der Welt von Battle Royale in DayZ Standalone. Gucken wir mal kurz ein bisschen rum. Die Maus-Sensitivity ist mega krank. Die kann ich direkt mal, glaube ich, umstellen. Immer noch krass. Okay, werde ich mir auf jeden Fall nochmal mit den Einstellungen zusammensetzen. Und ja, ich glaube, Third Person ist es sogar gesperrt. Was ich spontan sehr nice finde. Und ja, jetzt auf dem Server ist natürlich nichts los. Ich denke, jetzt wird gerade Tote Hose sein. Ich weiß noch nicht, gerade wurde, glaube ich, einiges gepatcht oder geupdatet. Auf jeden Fall war der Server auch eine Zeit lang down. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch Gameplay von sehen wollt. Und dann sage ich, vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß bei Battle Royale in DayZ Standalone. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sage ich, jo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.